Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Meine Lieblingsmitspielerin ist auch dabei, die Janela. Hallöchen. So, wir haben neue Kolonaten, da war ich vertraglich drauf zu verpflichtet, so. Tee. Irgendwas mit sieben, war das? 7, 1, 3, 3. Dann geht ein zweiter. 7, 1, 3, 3. So, jetzt müssen wir, ja, okay. 7, 1, 3, 3. Hat er gemacht. So, wir haben irgendwas mit Bio, wir müssen auch irgendwann an den Motor kommen, tippe ich mal. Aber noch haben wir holzplanken ein paar. Alter, wir drehen uns ja immer noch. Ja. Wir haben uns schon vorgestern gedreht. Was, wir haben uns schon vorgestern gedreht? Ja. Ne, wir sind jetzt da, vorgestern waren wir noch auf der Insel. Genau, wir fahren jetzt in Richtung, sind noch 1700 Meter. Mal schauen, was da kühlt. Ein bisschen kochen müssen wir mal und ein bisschen ausmüllen, das geht zwar noch, aber hier sind wir jetzt am Aufladen in voller Fracht. Okay, hier wird auch Freileisse gepresst. Da ist unser Previls, hat sogar ein Schild um Hals. Da steht ja nichts drauf. Habe ich noch nicht hingeschrieben. Previls. Okay. Revils. Revils. Revils und Pevils verliefen sich im Wald. Es war so dunkel und auch so bitterkalt. So. Die kamen an ein Häuschen. Da sind Pilze. Leder kommt, glaube ich, oben rein. Oh, denn hier noch blau. Kraftstofftank, den hast du schon gemacht. Dann kann ich dir wieder auf den Schreibtisch schmeißen. Ähm. Dreck. Kommt nach oben. Da rein. Genau, Leder kann ich da rein. Ja, wir können jetzt höher stacken, ne? Hat die Chefin gesagt. Kannst du auch? Weiß nicht, ich habe jetzt erstmal reingeschmissen. Ähm. Okay, das haben wir. So, das ist eingefallen. Jetzt essen wir mal. Also ich wollte mal die Flaschen gucken. Also nicht zu Chanel, sondern zu den richtigen Flaschen. Wow, hast du mich gerade Flaschen erinnern? Ich habe es richtig gedacht, damit die Zuschauer das denken auf einmal, weißt du? Das würde ja gar nicht gehen. Nee. Das geht überhaupt nicht. Nee. Das wäre dem Mobbing schon sehr nah. Ja. Aber sieben von acht finden Mobbing, okay. Aber ich muss es ja nicht auch sein, ne? Richtig. So. Fahren wir eigentlich? Ich glaube, da unten müssen Dinger rein. Ich glaube, wir fahren, ne? Ich glaube, du mobst nicht. Ja, ja. Ich glaube, du mobst nicht. Irgendwie fahren wir. Hier dreht sich zum Beispiel nix. Bei den Netzen hier alles total verschoben. Sehr komisch. Jetzt geben sie beide Gas. Ich glaube, der eine war noch nicht auf Start. Was ist verschoben? Ich gebe Gas. Die Netze an sich, oder? Das macht Spaß. Das macht Spaß. Was? Was? Oh, richtig. Ein bisschen wäre noch drin gewesen, aber kann ja trotzdem was noch machen. So, sehr schön. Nicht zu lange laden, macht die Batterie kaputt, ne? So, von daher. Die alle Flanken drin hier. 2400, okay. Was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, gefühlt war, das ist ein hier für den Stab. Wir haben echt nicht viel Ton und so, ne? Ja, genau. Eisen und so. Wir schwimmen in den, ja. Du willst mich da nur in Badehose sehen. So. Jetzt hat's wohl einfach mal nix, ne? Manchmal muss man Männer einfach reden lassen. Aber Ton haben wir ja genug da. Wir müssen es nur, äh, mal einschwimmen. Also, Ton brauchen wir eh nicht so viel. Die brauchen wir nur für diese Dinger. Aber Eisen. Die Schalen, aber Ton verbraucht sie auch richtig schnell. Ja, wir haben 88 Ton. Und wir haben kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssen Metall auf jeden Fall, also hier. Auf jeden Fall müssen wir mal wieder tanken, ja. Ist nicht viel. Ja. Aber die Schalen kommen ja auch wieder raus, ne? Ne, die kommen nicht wieder raus. Ist du die mit? Schalen, Essig mit dir. Ja, du musst auch alles essen. So. Wir sind mal wieder auf See. Mit Pebbles. Wir haben immer noch hier eine Bienen. Ach man, ich wollte doch recherchieren. Wo ist das denn? Das wollte ich mal gucken. Steht hier. Hat mir jetzt der geholfen? Bei Pebbles. Okay, jetzt, ja. Okay. Steht ja nur entfernen. Aber das ist ja wahrscheinlich das ganze Ding, ja. Ja. Und haben jetzt... Wir haben keine Bienen mehr? Noch, aber das geht nicht. Ach so. Da passiert nichts. Wie ich mir vorstellen kann, dass man Pflanzen daneben machen muss oder ein Feld. Da haben wir ja Felder, aber die sind ja da hinten. Eigentlich werden sie ja da. Na, dann warte mal. Meist du mal nochmal weg? Ich warte. Dann schau. Ach, das ist doch immer nur so, warte mal. Ja, ich ärgere dich. Ja, wir haben ja hier die Wiese, ne? Ja. Müssen wir halt nur von Zeit zu Zeit mal gießen. Ja, kriegen wir hin. Dann machen wir Wasser fertig. Na, Pebbles, geht so gut. Meine Kleine. Ja, schöne Tintin hat du. Schöne Muckatintin. Ich werde da so mein Tiere versorgen, ne? Mhm. So, wir fahren in die Richtung, schon mal richtig. Noch ein Kilometer haben wir, ne? Geht aber schnell. Ja, wir haben zwei Motorräder, die auf Hochlast fahren. Und den besten Steuermann whatever. Und der hatte keine Zeit, deswegen fahr ich jetzt. So. Das ist auch wahnsinnig schön. Aber richtig schön so das. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch Planken, aber ich denke mal, ja. Durch die Netze, ne? Denk ich mal. So. Ich freue mich auf die Motoren, die sind noch schneller dann. Das ist doch sehr doof, dass er dann anscheinend nicht stoppt hier, wenn man genug in den Recycler reingehauen hat, ne? Ich glaube, alles, was du im Meer reinmachst, ist überflüssig. Oh, okay. Ja, das ist ja dann echt Blüter. Ja. Nein. Watten sollt. So. Jetzt ist der Honig. Ganz weg. Ah, der da. Er ist für mich ganz weg. Pebbles, mach mal hier die Bienen wieder richtig. Hast du das schon rausgeholt hier wieder, das Metall? Wo was rausgeholt? Ja, das habe ich in die Kiste gepackt. Hä, bin ich jetzt völlig gaga? Das auch, aber in dem Fall war ich nicht. Aber ja, bei dem muss man mit allem rechnen. Ich sammle alles ein. Ich bin die Sammlerin. Was ist das? Girl Pebbles. Die isst dich ganz, ne? Ich muss dir nichts drum geben. Die isst du. Okay. Ja, die isst so. Die isst so. Aber lieber so als anders. Mal hier oben die auffüllen, sonst schimpft die gleich, wenn die Reiniger leer sind. Vor allem, wenn es noch ihre Reiniger sind. Oha. Du hast beide meine Reiniger leer gemacht. Was hat er gemacht? Und warum hast du das getan? Um Pebbles dazu gießen hier die Dinger. Musstest du dir das jetzt glauben? Ihr guckt, es wächst auch wieder. Können wir die Weide denn vergrößern für ihn, oder kriegen die immer nur so ein kleines Ding? Ich dachte mir, erst mal machen wir es halt mal klein. Erst mal an Enge gewöhnen, ne? Ja. Ich guck mal eben auf meinen Ausguck. 700 Meter. Mal gucken, was da kommt. Oh, für den Rucksack brauchst du sechsmal Wolle. Schon crazy, ne? Ich wusste doch, dass es hier gleich wieder Wolle gibt. Aha, schnippe ich, schnippe ich, schnippe ich. Aber es ist doch nachwachsender Rohstoff und wie gesagt, den Rucksack, wenn du einmal hast, hast du ihn, ne? Ja. Es sei denn, man stirbt und muss sich irgendwie freigeben. Wir sind doch Profis. Da stirbt doch keiner von uns. Mhm. Genau. Ach so, das hatte ich hier drin. 600. Aber irgendwie fahren wir nicht mehr, muss ich mal in Planken laufen. Ey, lass mich raus. Lass mich da raus, ich bin durch. Hier fährt, aber ich fand auch noch eigentlich. Suppe, wir brauchen mehr Suppe. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber für was brauchst du denn den Biokraftstoff? Wahrscheinlich für den Motor. Ich denke mal, dass es einen neuen Motor gibt dann noch. So, ja klar. Ist ja logisch eigentlich. So ein Schiffsmotor, weil den haben wir da schon gesehen. Im Zelt lag so einer aber kaputt. Ja. Stimmt. Und die hat noch irgendwas von dem, äh, das Boot hat nur für Platz zu zwei oder so. Okay. Müsst ja langsam mal irgendwie schick bauen, ne? Aber das machen wir so fein und mit. Ist doch schon schick. Nein, so richtig schick. So wie du? Weißt du ja gar nicht. Ach ja, wo Weihnachten steht er. Ich sitze ja hier gerade total verschlottert. Bestimmt, ne? Bei der Wärme. Ja, aber bei uns hat es kühlen hier. Okay. Also hast du heute kein Bikini an, okay? Ich dachte, du ziehst dich immer situationsbedingt an, was wir gerade aufnehmen. Na, also entweder... Schneeanzug... Ja, das ist auch gut. Oder den Schneeanzug, wenn du halt Nosen Slides aufnimmst. Das sieht ja keiner. Das ist das Geile, ne? Also, ich möchte mal so manche Leute wirklich, die so halt ohne Cam halt ihre Videos erstellen, ja? Ich würde da gerne mal Moischen spielen, wie die dahinter sitzen und aussehen. Na, bei dir ist es ja auch so, wenn nur die ersten fünf Minuten geguckt werden, dann weißt du ja warum. So. Stell dir vor, vergessen, Cam auszumachen. Da war ja mal einer so ein, ich glaube, Asiate, der dann auf einmal, wo es anfing zu brennen, weil der irgendwas weggeschmissen hat und dann brennte das ganze Zimmer und alles. Oder Polizei kam rein und hat ihn überwältigt und sowas. Es gibt schon die lustigen Szenen, die vor der Kamera stattfinden. Aber es muss jetzt irgendwas gleich kommen. 300 Meter noch. Hast du schon mal Richtung Trichter ging Richtung, oh, jetzt habe ich auch noch Hunger. Richtung Trichter, hast du gerade Trichter gesagt? Ja, ja, du weißt, was ich meine hier. Anker? Anker, ja. Meinst du den Anker? Okay, also der Anker heißt jetzt neuer Dings. Wann, das muss ich essen, ich muss essen. Trichter. Ich muss essen, lass den, du lästerst über mich, obwohl ich dabei bin. Ja. Oh, esse ich den nicht, ich esse den. Ich mache nicht hinter Brücken. Nee. Da direkt. Ah, endlich. So, jetzt müssen wir uns 300 Meter, sehe ich schon was? Ich gucke auf, wann ausguck. Ja, oh, das ist was ganz Großes. Oh. Und wieder, wann er ins Groß ist? Oh Mann. Ich glaube sogar größer. Ah, das ist die Containerstadt, glaube ich, hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich drehe mal ein, dass da drüben. Ich ahne, Schlimmes. Ich habe da drüben so Anlegersteg. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder der Drehwurm. Ich muss ja wohl eindrehen können. Scheiße, Leute, guckt euch das mal an, da sind wir noch in drei Jahren noch nie durch. Oh. Also wenn wir unten am Steg sind, kannst du es dann runterlassen. Setzen da unten an, sieht aber geil aus. Mach mal das Licht an, bitte. Ist das Licht? Ist das Flutlicht, dass die sehen, dass wir kommen? Nein. Also guck mal, da sind Reifen dran, da können wir extra andocken. Oh mein Gott. Oh guck mal, Danger, was steht da? Danger, Cafilla, ne, Banda, Kalla. Du hast denkt dran, hast du dir schon ein Dings gemacht, hier eins von den, äh. Und du, sei ruhig, sei. Mach-I-D. Mach-I-D, ja. Nee. Dass es da jetzt irgendwie Gegner gibt und so. Glaube ich, ist das schon ganz sinnvoll. Welch jetzt habe ich ja noch? Wir sind gleich unten dran. Ich muss mich erst mal leer. Ach so, ja, warte, ne. Wir müssen uns eh erst mal rauslassen. Alexa, stopp. So, ich glaube, es ist schon wieder so weit. Es ist schon wieder so. Du wolltest dich schon immer mal ausmachen, weil du immer morgens gießt. Ich hab's aber noch nicht geschafft. Wie meinst du? Jetzt sehst du wahrscheinlich noch in 100 Folgen. Ja. So kommen wir darüber. Ja, wir kommen rüber, das ist gut. Aber ich muss auch erst mal wüsste was lassen. Ja, das lasse ich mal hier. Das ist okay. Ich lasse mal kurz hier nach oben. Mensch, Bär. So, okay. Dann die Schere kann ich hier lassen. Weil alle die mal hier ausmüllen. So. Ja, wir sind sehr gespannt. Boah, das ist riesig. Dann nehme ich halt. Das sieht aber auch richtig cool aus. Und hier haben die einen Vogel, der wirft. Du brauchst irgendeinen Vogel, hast du gesagt. Ja, ich hab jetzt einen Kopfschutz, ne? Hilft dir da auch bei dir, ne? Ich liebe mal davon aus. Aber wie gesagt, sobald du den Kopf von dem hast, ist es noch besser, weil dann greifst du dich nicht mehr an. Ja, aber den musst du erst mal kehren. Ist machbar, aber... Aber mit dem Kopfschutz ist ja schon besser. Kann ich ja öfters treffen. Was ist das hier? Ja. Brauchen wir gerade nicht. Ich lass auch mal Insekten-Ding brauchen, oder? Ja, kann ich. So, Water habe ich schon mal. Wir bräuchten halt wirklich Kokosnüsse, ne? Du hast zwei ordentliche. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklappt? Ja, wie gesagt, wir machen ja jetzt gerade mal eine Story. Wir können auch mal nachher einfach mal ein bisschen chillen und fahren und kleine Inseln. Ja. So nachher meine ich in den nächsten Folgen, weil ich glaube nicht, dass wir in einer Folge durch sind. Wird wahrscheinlich mindestens auch noch die nächste Folge dauern. Macht ja auch Sinn. Wenn nicht sogar noch länger. Wenn nicht sogar noch länger. Das bedeutet ja das Wort mindestens. Ja, also, ne? Also, ja, mindestens noch viel, viel länger. So, der kreist schon wieder über uns. Ich mach schon mal direkt einen neuen hier. Einen neuen. Nee, gar nicht da. Willst du den Helm mal haben? Also, den Helm könnt ich noch herstellen. Hast du noch einen? Dann gerne. Einen kann ich herstellen. Weil ich glaube nicht, dass hier Bären sind. Warte, ich schmeiß den hier direkt. Und einen Fisch brauchen wir auch nicht. Weil, na danke dir. Wie viel Fisch brauchen wir nicht? Hä, was nicht? Ja, den Haiekopf. Weil wir können ja direkt drüber laufen zum Steak. Und, äh, Bären sind hier glaube ich auch nicht. Deswegen, wir hätten sonst eh keinen anderen Kopf. Da macht das ja schon Sinn. Weil der Vogel kreist hier. So. Das haben wir. Das ist der neue dann, ja. Hier, ich werf dir einmal noch was zu trinken ab. Das letzte, was wir haben. Ach, das. Ja, das ist auch gut, ja. Genau. Und dann, go, 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 ganetto arm. So. Mal gucken, was wir finden, das. Hier, oh, hier. Für heute Abend Stromstöße. Kannst du dich schon auf was befasst machen. So. Boot repair. Repairs? Was ist denn nix? Repairs sind Ersatzteile, oder? Repair, ja. Ja, soviel zum Thema Hype brauchen wir nicht. Wieso bist du jetzt drin, die Sprung? Nee, gefallen. Achso. Ähm, wird einfach nochmal hier unten gucken, was hier ist noch. Deswegen. Aber sonst ist hier glaube ich nix. Dann können wir hoch. Aus der Port Office. Guck mal, hier gibt's ein... Oh, hier sind Sachen drin schon. Ja. Und da bist du, ja. Ja, aber hier geht's nicht wirklich hoch. Doch. Ach da. Gehen Sie mal, junger Mann, gehen Sie mal. Du bist halt nur die, äh, roten Teppiche gewohnt. Muss hier Schränke öffnen, ne? Ich dachte, du warst da. Was ist das hier? So nicht rein in die Räume? Halte für saftes Tränen. Äh, bei mir war nix, außer der eine Raum, wo du warst, aber... Hier sind überall Räume. Ja, dann bin ich woanders lang. Ja, halte für saftes Tränen. Was heißt denn saftes Tränen? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Ahnung. Nee, sobald ich in den Räumen bin, würde ich auch da reingucken, ja. Jetzt seh ich mal so... Ach, schon wieder kein... Ah, Alter, jetzt bin ich runter, jetzt kein... Scheiße, na, das ist ja... Man sieht das aber auch bescheuert, ne? Sei doch mal ehrlich. Ja. Ist aber nur Müll jetzt erstmal drin. Ohne Überreste hab ich. Das ist bestimmt lecker. Hoden-Überreste? Auch? Nee, Überreste nur. So, hier geht's hier weiter, gefühlt. Da füssten wir jetzt ja nie weiter gegangen. Und die Leiter hoch und so. So, Leiter. Okay. Dann irgendwie hier rüber gehüpft ist er. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das richtig gut untersuchen muss. Ja, wir haben ja die Zeit. Wo bist du denn da hochgekommen? Das hat er mich ja auch noch getroffen. Eine Leiter. Da kommen wir doch gar nicht hoch. Aber jetzt kann ich hier sogar zu wieder runtergehen. Da ist die Kinder leider. Ich hab mich grad veröppelt. Der hat mich grad veröppelt. Würde ich da nie tun. Da lang. Oh, ist da noch was? Oh, ja, wenn wir das hier alle durchsuchen müssen, dann sind wir in drei Jahren noch nicht fertig. Ja, wir gucken einfach, was wir finden und was nicht. Ja, super. Und wieder runter. Hey. Die Stadt nervt mich jetzt schon, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht bist du nur hier. Guck mal, jetzt bin ich an der Fahne, was das ist. Aber es ist eher das Gefühl, dass es nach unten geht. Aua. Ja, ich hab weniger schreien gekriegt, ne? Als. Wenn ich mir einen Stein auf den Kopf wirft. Ja, ich hab auch schon ein paar gehabt. Zwar rot, aber kaum was verloren. Ich bin schon wieder unten. Jetzt ist halt auch nichts gewollt. Guck mal, hier geht's ja nach oben. Guck mal, dieser Schlauch weiß ich noch nicht, was du für was der ist. Ach der, ach mal. Halt für drehen. Achso, du musst den so drehen, damit du den irgendwo hindrehst oder so. Ach guck mal, der muss der hin. Guck mal hier. Hier ist irgendwas, so ein Brunnen. Hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, in dem Schlauch hier. Du hast einen Mutiz gefunden. Ja. Ich seh nochmal Bienen gerade. Ich bin aber aggressiv. Aua. Jetzt bin ich wieder hier. Ja. Da hat der Vogel schon Pech, ne? Amten an. Das stinkt. Da ist das. Guck mal, das ist ein Trichter. Die Frage, wo muss da was reinfallen? Na, komm mal her. Wahrscheinlich muss das hier alles so reinfallen. Weißt du, man muss der Schlauch so drehen, dass der dann hier unten wieder rein vorläuft. Aber wie kann ich das drehen hier? Ah! Er gedrückt, ist genau wie am Dings. Er gedrückt halten. Und dann, wahrscheinlich so ein Stück, ne? Und dann lauft der da drüben rein. Das würde schon fast passen, ne? Mal gucken. So, dann müssen wir da oben. Okay, dann geh ja auch wieder runter. Vogelgum. Dann geht's hier wieder höher. Hallo, mit Afrika, juhu. Ich guck an, ob ich... Aber wo muss der hin? Der ist ein Trichter hier. Siehst du, sei, sie muss ja nach oben irgendwie kommen. Ich lasse mich in Ruhe. Vogel, aber hier oben kommt nix rein. Das ist komisch. Den haben wir ja da reingedreht schon. Okay. Da ging es irgendwo hoch. Ah, guck mal, hier können wir pumpen. Und du kannst gucken, ob das da... Siehst du die Schläuche? Die Verbindung irgendwelche? Weil ich kann jetzt hier pumpen. Und wenn du gleich Wasser siehst... Direkt vor mir steht der Vogel hier, ne? Steht, okay. Jetzt läuft nämlich hier Wasser. Ach so, hier kriegen wir halt die Wasseranlage, ne? Und ich hab das alles zu Hause gelassen. Siehst du die Schläuche oder nicht? Nein, ich seh keine Schläuche. Ich will sie gar nicht... Ja, da sind überall Schläuche. Ich bin über dir. Ach so. Dann könnte nämlich einer gucken, damit wir die richtig drehen. Die Schläuche. Also hier war ich auch schon drin. Das ist die Quest oder was? Ja, vermutlich mal ganz schnell. Sonst würden wir sowas hier nicht verbauen. Ja. So. Warst du auch schon rein, so oben? Nee. Was ist das hier? Das ist Seilrutsche oder... Werkzeug erforderlich. Aber das ist ja oben. Das heißt, da kann man sich dann runterrutschen lassen wahrscheinlich. Dann gehen wir erstmal hier. Geht's bestimmt höher. Oh. Ein Teil habe ich gefunden. Eines Ladegeräts. Ja, sowas hatte ich auch schon mal so ein Teil. Ach so, hier drüben ist auf jeden Fall Honig. Ah, die habe ich erst da gelassen. Neue Notiz. Das ist ja asiatisch. Pigs? Sind das nicht Schwanzfotos? Okay. Hier ist ein Huhn. Ja, meine ich doch. So, wie kommen wir jetzt da oben hin? Scheiße, wunderbar. Ich bin hinter dir. Ich bin wohl. Oh. He's behind me. Also ich glaube, finden tun wir weniger. Ich glaube, mehr müssen Masionen und mehr Missionen machen. Naja, aber das Ladekabel und so brauchen wir wahrscheinlich nicht für irgendwas, oder? Ja, aber ich hatte ja schon eins. Also, ich weiß auch nicht, ob das... Vielleicht war das das Gegenstück, kann natürlich sein. Äh, mal im Gucken auf T sehen wir ja sowas, weil wir für die Missionen immer brauchen. Ja genau, zwei Ladekabel, Teil des Ladegeräts. Gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Ach, das ist für die Batterie. Stimmt. Ach, ich bin natürlich untergefallen, ne? Me too. Gucken. Haha. Hier ist drin. T-Shirt? Ich hab keine Ahnung. Ja, hier war ich schon. Ja, Vogel. Hier ist keine Leiter, da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Ja, ich würd sagen wir machen in der nächsten Folge, mittlerweile oder? Ja. Ich glaub eine ganz gute Idee, ihr lasst ein Like da und wir machen das weiter. Bis dahin. Tsch!